hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play assassin's creed ja hier haben wir geparkt nach der letzten session und dann machen wir auch gleich mal frischfromm und frotzlich ein bisschen frotzlich ne nur spaß es ist ja mitten in der nacht hier müssen jetzt so 1 halb 2 rum haben da habe ich gar nicht auf die uhr zu gucken ja machen wir einfach mal hier ein bisschen weiter gehen wir misst damals die zeit drängt ja der professor der ist nur vergebnisse aus für die humanitäre sache hat er nichts übrig ist ein bisschen schade recht ein bisschen schade und umziehen kann ich mich immer noch nicht okay hier liegt irgendwas als nicht was es ist tücher immer noch klopapier hat er nicht gebraucht als hatte kein aber die toilette nicht besucht na gut geht es jetzt weiter mit der nächsten runde wo ist lucy keine sorge sie wird bald bei uns sein also warum tun sie das doc was hoffen sie damit zu erreichen haben sie in letzter zeit fern gesehen oder eine zeitung gelesen sowas hat mich nie interessiert dann gebe ich ihnen die eckpunkte die welt ist ein dreckloch erbärmlich wirklich sie haben es doch selbst gesehen tausend jahre liegen zwischen ihnen und ihrem vorfahr aber die gesellschaft ist noch genauso barbarisch genauso dumm worauf wollen sie hinaus ordnung mr miles die welt braucht ordnung das ist es worauf wir hinarbeiten und das ist es wobei sie uns helfen ich soll glauben dass sie eine bessere zukunft aufbauen wollen das ist genau was wir tun die menschliche rasse schreit nach führung sie wollen wissen warum sie hier sind was von ihnen erwartet wird nun wir werden es ihnen sagen und wenn sie erst wissen wie sie ihr leben zu führen haben wird alles besser besser wie das ende aller konflikte großer und kleiner habt ihr assassinen nicht dafür gekämpft frieden in allen dingen ich sagte doch ich bin kein assassiner ach ja richtig ich sehe immer noch nicht wie ich da hinein passe bald mr miles bald werden sie es verstehen oder auch nicht es ist mir egal solange sie uns zeigen wo es ist wo was ist sorry ich bin spät dran sind wir soweit ja sind wir okay jetzt geht wieder dieselbe prozedur drauf legen auf das ding jetzt kommt wieder dieser deckel da ja wieso so okay ich ersetze fort greifen sie nach einem vorsprung wenn sie beim klettern abstürzen ihr habt euch bewährt alter ihr und ich bin voller zuversicht dass dies nur der erste von vielen erfolgen war tamir schien euch gut zu kennen er deutete an dass mein auftrag von bedeutung sei bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen tat sondern aus dem zusammenhang in dem sie steht aus den folgen die sie nach sich zieht sollte ich noch mehr erfahren alter ihr euer größter fehler war der zu viel zu wissen wenn ich wissen zurückhalte dann nur damit ihr einen solchen fehler nicht ein zweites mal begeht verstehe ihr versteht nicht und so wird es bleiben bis ihr eure lektion gelernt habt trotzdem habt ihr euch gut geschlagen und dafür werde ich euch befördern und einen teil eurer ausrüstung zurückgeben nun geht entweder nach akon oder jerusalem in beiden städten sind männer die eurer aufmerksamkeit bedürfen unsere verbindungsleute können euch mehr darüber berichten ok was habe ich jetzt da gekriegt dolch kurzschwert ist das ok konter kill ich könnte das im hof trainieren wenn ich möchte und ich habe einen lebensbalken knödel dazu gekriegt das ist sehr gut das ist nicht schlecht ist nicht schlecht also so wie das ding da drin steckt meint man fast immer dass es rausfällt na gut wollen wir hoffen dass es das nicht tut alter ihr mich denkt meine schüler verstehen nicht ganz was es heißt eine klinge zu führen vielleicht mögt ihr ihnen zeigen was ihr wisst ok es wird wieder trainiert es ist nicht das gut schwert oder die normale knolle so und was muss ich jetzt machen drücken und halten die taste 1 wenn sie fast nur wenn ihr gegen einen angriff startet und konnte angriff durchzuführen kampfmodus mitgefaktieren oh gott wie soll denn das geht jawohl so geht das doch gleich noch mal da komm her da komm da komm äh da 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 Sollen die Ski? Ui! Oh Mann! Ich gucke es nicht, ich gucke es nicht. Aua! Ah! Ah! so können wir das abgehen ich habe den einmal aus das wirtschaft jetzt das reicht doch auch so tutorial verlassen ihr seid beschäftigt ich verstehe ja ich habe den auftrag kann ich immer mit euch spielen deswegen muss ich weiterziehen also entweder jerusalem oder ins andere diese andere stadt ich habe gesagt kofa oder wie der name sagt mir ja nicht gar nichts im geschichtsunterricht wurde ja nicht nicht so viel unterrichtet über die kreuzzüge deswegen kann ich nicht sagen und erdkunde naja ich gebe es gern zu also erdkunde war auch nicht so meins da war ich leider auch nicht so bewandert so flitzen wir mal aber wunder da sind wieder die ganzen leute da jeder hat nicht gezogen ist gut ich sehe gut das war geil genau rein nein bin ich verrückt geworden oder vielleicht ein bisschen hihihi so gut jetzt muss ich da wieder ins gebärige es gibt ja keinen anderen ausgang glaube ich ich habe jedenfalls bis jetzt noch keinen anderen gesehen so hier können wir wieder 14 das möchte immer den schwarzen der sieht schön aus er sieht sehr schön aus ja ja so jetzt geht es hier schön durch über die lande dass wir die hürde und hüpf sehr schön so wo ging es jetzt weiter das gibt es hier oben wahrscheinlich gar nichts mehr als nur eine klippe und hüpf so ist brav was gibt es da ist hier ein geheimweg hier was klauen ne doch nicht braves pferd schön brav pferdchen so jetzt gucke ich mir hier mal ein bisschen genauer um nach möglichkeit okay hier sind auch wieder alte verfallene aquädukte sind wahrscheinlich nur so vom stand her römisches reich oder so ich voll die alten aquädukt knollen ey das ist schon krass benutzen sie die befreiten partisanen um verfolger auf die partisanen habe ich auch ein paar partisanen erzeugt jetzt habe ich hier zwei knollen sind ja kollegen sind kollegen wo müsste ich jetzt hin wo müsste ich jetzt hingehen wo müsste ich jetzt hingehen das gebiet gehört jetzt uns oder was da haben die die templer keinen einfluss mehr aber wahrscheinlich in nähe ich damaskus oder so kommen das sieht dann schon wieder anders aus sehr geil das ist nichts ist ja war dieser ich bin ich da ich weiß nicht wo er ihn ist hier umdrehen du solltest bisschen bockig der gaule da scheiße soll ich den angerimpelten dieser sauer kacke egal reiten wir mal weiter geben wir jetzt halt etwas mehr gas checkpoint erreicht so damaskus geht es jetzt ja auch wieder da lang ich will ja eigentlich dort gar nicht hin ich will ja Jerusalem beziehungsweise in das andere Kaff so checkpoint erreicht ja jetzt wo muss ich jetzt da weiter gehen wenn ich das will richtig erschreckt das nie wieder weiß doch auch nicht weiß doch auch nicht so hier jetzt klären wir gleich mal hier rauf weil ich hier auch mal den umblick so immer schön rauf da komm noch rauf immer weiter da komm hopp so hopp noch weiter rauf immer weiter rauf so wunderbar einmal Adlerblick ist doch geil das ist wieder traumhaft Moment jetzt muss ich da wieder wie ging das so und platsch schön nicht nicht einfach verschwunden wie wie die 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 wurde hat nichts gerafft es ist natürlich sehr gut weil das nicht ich will nicht damaskus da genau die blöden weiber hier steht auch immer mitten im weg um eigentlich nichts gegen frauen aber hier ist dem geben sind ein bisschen nervig so muss ich jetzt hier weiter lang gehen was ist denn hier los ich reite mal hier lang davon ist doch irgendein anderes symbol ich möchte mal gerne das gucken was es da gibt es auch eine fahne so die sammle ich ein das ist geil er ist von oben drauf gehüpft auf den rücken cool das gefällt so geht es jetzt hier lang hier ganz andere gegen die jetzt wir auch erfahren muss hier umgeht hier ist das da noch ein turm oder was die sind noch ein turm was ist das ist los aber der ist platt so der ist platt und du gehst jetzt auch noch über den jörd an und tschüss dreck säcke so guck mal hier das sind waffen drin das ist ja nur feierlich hier so das pferd hat auch gebockt das fand ich originell das pferd ausgetreten hat das hat mir sehr gut gefallen da hopp immer weiter rauf so auch noch weiter rauf jetzt da sind wir da schon fast am ziel sehr gut noch mal ein wunderschöner rundum blick durch das gebirge und die täler so vier von zwölf aussichtspunkten noch eine fahne eingesackt das gibt natürlich dann auch noch mal ein extra knödel noch mal eine könig richard flagge eingesackt so und da unten ist dann hoffentlich wieder ein häufchen ja und da eben platsch ich hole das auch ein gaul vorne dran na komm raus so ich hole der andere kommt schon freiwillig auf mich zu er mag mich dann werde ich ihn auch behalten und das hier ist eine graue stute das ist eine stute und da kann man nicht so genau sehen aber ich denke der schwarze wird schon auf die gestanden haben so warte mal dann gucken wir mal geht es da noch weiter oder ist hier Feierabend da ist leider Feierabend wenn ich hier mal auf die Map gucke ging das da du unten im Turm überall Türme ne wo du hinguckst ich will nicht nach Damaskus ich möchte nach Akron genau Akron das war das Ding Akron aber erstmal da hin erstmal diesen Turm hier sichtbar machen so schönes Pferdchen schönes Hopp äh Hotterhü sehr schön so jetzt müssen wir hier den ganzen Weg wieder runter reiten eieieiei ich wünschte ich müsste es nicht aber besser ist es halt besser ist das halt so Checkpoints hier gibt es wieder einzelne Checkpoints cool jetzt ist er allein gehüpft das war sehr schön so jetzt müsste ich hier zwangsweise wieder runter reiten ich wünschte ja eigentlich keinen anderen Weg irgendwie da gibt es vielleicht doch noch irgendwo einen anderen Weg muss man gucken nach Akron kommt ich habe echt keine Ahnung hoppala jetzt habe ich fast gegen die Felsen geritten mit dem armen Pferdchen mit dem armen Pferdchen so komm her ihr habt mich ordentlich erschreckt ja was läuft es denn auch wieder mit dem Weg rum es stört so Checkpoint okay was ist denn das hier das ist eine Bootsanlegestelle ne ist nicht wirklich eine Anlegestelle das ist das ist ein Baum wieder auf dem Wasser so hier geht es da hin aha Akre das wird Akron Akron damit gemeint sein Akre den malten wir nach Akron so jetzt geben wir hier mal noch ein bisschen Galopp so gut sehr gut schön sich das lenken lässt oh und die Musik die tut hier übriges dazu damit das richtig angenehm ist so richtig schöne oldschool Musik so richtig schön oldschool richtig schöne Buschknollen dazu und schöne Triangels oder was das darstellt oh 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 was ist was ist mir geht es zu gut so war dieser Template wie mir jetzt 62 was ist so Sackgesicht das sind das sind richtige Template also muss man die weg zwiebeln was ist das was ist das hier ach du liebes Läschen äh ja was ist los vielleicht geht es wohl so gut oder was wie kommt man da drüber ich will dann in die Runde geraten na gut also wenn man da so rüber muss ok so geht das gut zu wissen ok wir sind schon wieder so Template machen wir die halt mal weg dann machen wir die halt mal weg ups scheiße ich hätte ihn einfach abstechen können die geretteten gelehrten um unbemerkt